Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich Willkommen zurück hier bei First Last Trouble mit der Sülze. Mit dabei ist die Sülze und Logan, Logan HD. So, ihr habt die Folgen bei Henne und Sterzig wahrscheinlich schon gesehen. Oh, komm, kuscheln. Oh, Alter! Schau, wie du geflogen bist, brav. Ja, es ist halt, also wir finden uns langsam so ein bisschen rein, ne? Wir wissen, wir müssen diese Keycards finden und Sauerstoff und so, Digga. Aber jetzt geht's hier erstmal in die First Round. So, hallo? Hallee! Was geht? Hi. Alles gut? Darf ich dich anschließen? Ja, gerne. Wir haben vorhin versucht hier mit Max, haben wir versucht uns hier irgendwie noch in die, also in die anderen Räume kommt man nicht rein, ne? Nee, ich glaub nicht. Außer du spawnst dort, glaub ich. Ja, also wir sind, ich bin hier für alle gleich, so weißt du? Wir sind nämlich überall immer so Champagner-Flashies. Ja, lass uns mal das hier öffnen gleich, da sind nämlich oft coole Sachen drin hier. Ja, so. Wir haben gelernt, man kann einfach gucken, was da angezeigt wird und dann an den anderen gehen. Man muss gar nicht das immer erklären. So, genau. Okay, ich hab's mir gemerkt. Äh, Leute, ist das gleiche, oder? Ja, witzig. So, ey. Oh, sorry. Oh, ey. Ich werd manchmal in Kleiderschränken ganz schmusig. Okay. Okay, ich auch. Mann, jetzt reicht aber. So, okay, einmal noch, oder? Okay, einmal geht noch. Ja, ihr Luther. Dann machen wir mal hier die Tür öffnen. Weg mit euch. Achso, hier können wir auch was machen. Guck mal, hier können wir noch Sauerstoff machen. Das geht doch einfach nicht. Der sie ist hier. Ja, warte. Okay, und zack, zack. Oh, shit. Du hast verkackt, ne? Nee, das geht nur einmal. Das geht nur einmal. Aber muss ich dann die ganze Zeit? Oh, scheiße. Sorry. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Ich fühl mich schon schlecht. Ich bin immer mit Amis, ne? Ist das Logan Paul? Oh, Logan, are you from the UK, Allah? Oder where are you from, nigga? US, US. US, where in the US? Midwest. Logan, where do you think we are from? Germany. How did you get that? How did you get that? It's not obvious, is it? Erstmal einen in die Rüstung kippen. Weißt du, wie ich mein? Weg hier mit dir. Kann mal bitte einer von euch Sauerstoff auffüllen, kiddo? Hä, ist doch gerade voll. I can't understand you, because they are so loud. Sorry. Ach, jetzt heul nicht rum. Oh! Alter, Alter! Scheiße, was ist mit dir passiert, Dicker? Ich hänge hier nur kurz ab. Yeah, we got it! We got it! Scheiße. Oh. Hey! Und Abflug. Auf einmal sind wir... Ja, Q und dann Silly Dance unten. Oh, ja! Ist das dumm, ey! Ja, klar. Ist aber schon witzig auch ein bisschen. So, mit deutschen YouTubern. Schlimmer kann's nicht kommen. So, habt ihr was gesehen, Leute? Ja, ich glaube am nächsten ist es genug. Warum? Nein, ich hab den ganzen Sauerstoff aufgefüllt. Warte, 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 warte. Ja, was soll ich toll? Okay, also ich weiß von mir, dass ich's nicht bin. Ich auch. Der engere Kreis, die Scheiße, Kalle und Papo. Ich auch. Das ist eine geile Argumentation. Kalle, Sterzig oder Hanno? You know that, right, Logan? Yeah. So, we are... We are a good team. Als ob du ihm jetzt das Game erklärst. Ich dachte, er hatte so 6000 Schluss. Digga, ich hab mit dem jetzt schon Aufgaben gemacht, da habt ihr noch in die Windel geschissen. In die Windel geschissen. In die Windel geschissen. So, I just told them that we did the Aufgaben means that they were shitting their pants. What is Aufgaben? Someone did not vote yet. But who is it? Logan! I voted, I voted. So, Logan, where do we go now? Hanno, Alter. Reicht jetzt mit dir? Dieses Schubsen, ne? Hab ich ihn. Ich hab den Täter, Kalle. So. So. Schön warmen, ne? Ja. I have the target. Dann legst du dich hin. So. Lass nicht verkacken. Achtung. Nicht verkacken. Ja, dann mach du. Kann man das verkacken? Jemand anders muss auch. Logan, I love your dress. Either there or Kalle. Ganz schön kalt, ne? Was ist mit mir? Oh ja, Digi. Was ist Logan? Hä? Alter, das war so heftig. What is this dress you have on, Anna? Ich hab die euch so lieb. Widow dress. Gotta do it. Gut gemacht. Gut. Was ist das hier hin? Komm, komm, my lady. My butterfly. Sugar, baby. Komm, my baby. You're my little baby. King German. Hey, hey, it's Kalle. Kalle's grabbed this one. Ah! Come and choke him with me. Oh, Kalle. Is it Kalle? Okay, okay, okay. Nein, don't grab me now. It's your recording, but now you have to die. Nee, warte mal, warte mal. Ah! Okay, ich hab ihn noch mal runtergeballert. Wait, I hope. Wrap him. Nicht mich! Sorry. I tried it. Are you doing this to me? Aua! Stop it! Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Er sagt einfach, dass ich es bin und ihr... Du hast das Ding genommen. Nein, hab ich nicht! What the fuck! Du hast die Spritzer genommen! Nice. Oder er ist halt der übel Imposter, ne? Was seid ihr für'n Haufen Lappen? Burn him! Burn him! Mann, ey, ich wusste das mit der Spritze. Burn him! Ich wusste das mit der Spritze. Burn his body. Aber das Ding ist... Let's come get fire over here. Das Ding ist... Ich hab nicht gedacht, dass er da noch ist. Ich hab ihn... Ich hab extra... Ja... Das war so unlucky. Und dann glauben die hier diesem random. Versteht ihr, wie ich mein? Nein! Ach man! Das ist blöd! Oh! Ich hab Mut gefunden! Oh! Oh! Stärzig! Stärzig! Grapp him! Nein! Nein! Stärzig ist auch dumm! Scherzweg, Mann! Wieso hast du denn nicht Henno getötet vorhin? In Germany, we call it Alfred now. Wenn man zu zweifel ist, dann geht es nicht. Ach so, weil ich hab ihn extra festgehalten und ich dachte, wieso tötest du ihn nicht? Ja, ich weiß, aber das geht nicht. Das hab ich nach meiner Augen noch kurz gesagt. Jaja, ich kann ihn immer klauen. Ja, und jetzt fliege ich hier durch die Gegend. Hier oben bin ich. Ja, jetzt müssen sie es halt noch schaffen, ne, in der Zeit. Oh, jetzt liegt hier Scherzweg rum und verbrennt. Geil. Hat nicht geholfen. Nein, Henno. Oh, die brauchen noch die Grüne. Ey, Henno, kannst du nicht tun. Oh, die letzte hier ist, Leute. Ich habe es gefunden. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich so ein Schraubsauger bin. Nein, Astrid. Ich habe es gefunden. Wer hat das hier aufgemacht? Papo is shooting at me. I burn it. I burn it. I burn it. Schaffen die es? Oh, ne, jetzt kriegen die noch so viel Sauerstoff. Das ist ja witzig, werden sie jetzt, Kalle, falls du mich hören kannst. Ja, sie müssen halt noch die Grüne Pate finden und verkacken sie. Ich habe dieses Tool. Ich weiß nicht, wo es geht. Oh, shit, ich bin so sorry. Mach jetzt einen Looping. Kann ich hören, Henno, aber du mich nicht. Abonniert Hand of Blood. Nee, das macht man nicht. Das macht man nicht. Oh, ich muss kotzen. Kann sie mal noch in der Henno. Das Ding wurde nicht genommen. Squash. Komm, my lady, komm, komm, my lady. Was passiert bei den anderen? Ich such gerade. Du kannst mit Steuerung, kannst du immer rüberspringen. Ja. Achso, ich kann es gar nicht mehr. Ich habe keine Aufladung. Hennno, mach dir erstmal Feuer weg. Okay. So, ich gehe hier. Oh, nice sixer Digga. Und hier so eine grüne Karte. Oh nein, Henno hat die grüne Karte gefunden. Oh nein, Henno hat die grüne Karte gefunden. Soll ich mich jetzt hin und zuschicken? Ja, only the last person grab and use it. Okay. Okay. Good to know. Thank you. Das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. I mean, T-Cut, how did you continue? Because there are two of each on each floor. Because he's the impostor. Oh, okay. Um. Scheiße. So, let's kill Henno. Ja, genau. Okay. Do we have a pass lock? Passage lock? Okay. Okay. But it was... And we know it was Kale, right? Yeah. Okay, so it's Logan. Perfect. Hold up. One. One. Oh, no. Oh, no. Oh, no. We can either, so once everyone skips since we know we're all residents, we can either say that all the Personoids are gone and win. Sie sollen aufhören. No, we could the noobs and that's it, you know. We just restart and have fun together. Are you sure that Hanno is not an imposter? Yeah, 100%. What about me? What about me? What about me? Logan, you did it! Great job! Logan, I hate you. I hate you, Logan. Can you say like, subscribe, Kalle? Subscribe to Kalle? Subscribe. Ja, genau. Ja, Logan, have a nice day. See you again, maybe. Ja, hab in die nächste Partie. Hier in der Lobby kann man aber nicht miteinander reden. Ja, schade! Haben wir leider nicht geschafft. Aber ich finde, tatsächlich, das Spiel, es hat sehr tolle Ragdoll-Effekts, nicht wahr? Also, das ist wirklich schön, wenn man hier den Hanno so wegschubsen kann, Digga. Das ist schon nice. So, das macht schon Bock. Das ist schon Ehre in den Äs. Oh, oh. Alter, Grab. Push. Ja, bitte, brich mir das Gen... Oh! Komm, brich mir das Genick, Babe. Oh. So. Oh, no, no, no. So, töte ihn. Oh. Oh, die Stühle, Digga. So, weg mit dir. Oh. So, ey, genug. Oh, no, no. Poggers! Alter, Poggers! Oh, Poggers! Poggers! Yes! It's Poggers, yes! Come here. Kill him. Hey! Let's keep Poggers. Poggers, run! Let's not very welcome the Poggers. Oh. Poggers, where are you from, Poggers? I'm from Poland, you know? Oh! Yeah, hello, neighbor. Kurva, Allah! Stop doing gramps. Hast du gerade echt das Wort gesagt? Na klar. Na klar. Hä? Warum nicht? So. Oh. So. Hallo? Hallo. Hallo, Poggers. Hello. Hallo. Do you know if it's always the same spawn point? Maybe. Okay. Check on your item and... We can just... Yeah, we... You know. We can just change. We are changing, digger. So. Oh. Oh, wait. I just... I'm coming. Let's go. Oh no, I fucked up. Scheiße. In Germany we say scheiße. I know, yes. I know, yes, yeah, yeah. I know a few... You know a few German words? Just a few. Oh, nice. Let's go to the Rüstung, nigga. Nice. So. 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 Also ich hab schon zwei Keycards. Ich hab mir schon ordentlich einen reingeknallt hier, also. So, meine Bruder. Wollen wir ihn mal aufmachen? Warte, hier ist grad cool, digger. So. Und rein. So. Ah, jetzt ist los, digger. Alter, geile Mucke. Grüe dich. Ich glaube, der Stärzig hat einen Squash-Schläger, er hat das schon mal gesagt. Aha, aha. Feuer! Hold to open, alter Passenger-Lock. Ah, komm her, süßer. So. Auf und ab. Hier unten ist einer. Hey. Ferzi. Kauf jetzt befrucht. Oh, Hanno. Oh, danke. Das ist gut. Morgen kriegst du Kinger. Was macht ihr? Okay, Alter, was ist das denn? Digga. No way. Schloss damit, hier wird nicht befruchtet. Stopp die Fruchtfliegen. Komm her, ich schmeiß dir den Squash-Schläger ins Gesicht. So. Achso, ihr macht hier gerade das Ding. Gnug ist es. Das geht aber zügig. Was ist Gnug? Gnug, das kann man nicht aufmachen. Die DVD, Digga. Hab ich auch gar nicht aufgemacht. Nice. Super. Gnug ist es. Waa, Alter, was? Alter, was? Alter, was? Briggi, das ist die Nicker, ihr Briggi, das ist die Nicker. Warum denn? Sie hat das Ding aufgemacht. Er hat das Ding aufgemacht. Hä? Halt die Klappe, Gnug. Halt die Klappe, Gnug. Halt die Klappe, Gnug. Sie ist erledigt. Halt die Klappe. Puh. Alter. Okay, er ist weggecheckt. Alter. Sie war hier gerade, hat sich gebeult und hat das aufgemacht. Und ich hab gesagt, es kann nur dein Poster sein. Okay, es ist gerade Wort gegen Wort. Ich glaube, Gnu. Okay. Naja, ich mach mal weiter. Übrigens hab ich alle Karten alleine gemacht. Ja, schön. Sehr gut. Ahhhh. Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab's halt nicht gesehen. Ich hab's halt nicht gesehen. Ich hab überspringen gedrückt. Gnug. Sterzi, also mit Lügen, da musst du noch ein bisschen Nachhilfe nehmen. So. Ja, komm. So, jetzt raus mit dem. Tschüssi. Tschüssi. Mach mal Frühschlo. Tschüssi, Sterzi. Warte, ich tanze noch. Ach, wir können das beobachten. Ich tanze auch noch. Hahaha. Hahaha. Das wusste ich gar nicht, wie witzig. Wie wir alle am Updancen sind, einfach. Holy shit, Digger. Aboli, für den Pink Code, love. Tschüss. Ja, aber ich kann das ja nicht. Weißt ja. Aber let's go. Das ist gar nicht so schwer. Diesmal, du hast es diesmal. Das war ich. Achso, es geht nicht mehr. Nee. Das war's. Das war's. Ich sag allen, du warst schuld. Na klar, gerne. Kann man hier rein? Hier, lass mal hier aufmachen, bitte. Okay, gerne. Oh. Achso, hä? Musst du nicht an den anderen gehen? Hallo? Ich helf dir gerne. Wie? Wollen wir hier arbeiten, oder? Also. Okay. Hier ist es ein Kreis. Ich kann es nicht angreifen. Ich hab Oxygen gefunden. Rettet mich! Rettet mich! Ich brenne! Ich brenne! Gut dann nicht! Wo brennst du denn? Wo bist du? Ist er schon weg? Ist er... Ist er... Oh. 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 I'm too stupid for this task. I guess. Oh! Someone is lying. Oh. Where are you now? I help you, Carla. He cut. Was? Train to later? Hey! 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 Gnu! Stop it! What are you doing, Allah? Oh nein, Carla ist mit Elektroschlag gestorben! Ist sie dumm? Sie killt him. Oh mein Gott! Ist sie dumm? Sie killt him. Warum macht sie das? Wahrscheinlich mal... I wasn't even here, aber... Hä? Sie ist so dumm! Give it to me. Kill her. Kill her. Warum? Hä? Kill her. Warum?! Sie und ich sind Imposter! Wieso tötet sie mich?! You're doing wrong. Trust me. Oh! Wieso?! Es macht null Sinn! Wahrscheinlich was auch versehen! Hä? Was soll das?! August, you are the best! Oh, I thank you so much! Das... Also... Ich bin schockiert! I was the asshole. I'm sorry, I was the asshole. But we German women are good at lying, you know? Jetzt feiert sie sich! Jetzt feiert sie sich! You creepy. Ich bin so enttäuscht! Please, come back! Er sagt, you creepy! Ja, ich weiß nicht, warum sie mich absticht! No, Puggers! No, don't do it, Puggers! No! No, Puggers! No, Puggers! No! Okay, come. We kill each other. Oh, Puggers! Let's dance in the disco! Das ist ein Skandal, was hier heute passiert ist! Das ist einfach nur ein Skandal! Genug! 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 Ja! Warum tötest du mich? That was a bad, dirty move! That was a bad, dirty move! No, it's okay, Puggers! Ich will jetzt eine Antwort haben! German... German women are good at lying! Ja! Genug! Ja, ich hatte diese Spritze und dachte mir... Ich bin dein... Freund! Puh! Scheiße! Das hat er jetzt jetzt gemerkt! Alter, willst du mich verarschen, oder was? And Puggers was also resident? Ja! Sie tötet mich mit der scheiß Spritze! Das ist so dumm! Das ist awful! Oh, das hab ich nicht gewusst! Ja, das hab ich nicht gewusst! Oh! Entschuldigung! Hab ich auch besser gewonnen! We are German, you won't win! Ja, we are good at lying, Alter! So! Nächste Folge kommt morgen bei Papu! Ich geh jetzt drei Tage in die Eistonne nach dem Schock hier! Tschüssikowski! Adieu!